Wochenfinale bei Kaffee oder Tee. Hallo und herzlich willkommen an diesem Freitag. Es geht mit Riesenschritten Richtung Wochenende. Und die zusätzliche Zeit am Wochenende, die nutzen viele von Ihnen, um kreativ zu sein. Da machen Sie sich vielleicht Gedanken um die Tischdekoration. Und wir holen heute den Wald auf den Tisch oder auf die Fensterbank. So sieht das Ganze aus, was Jasmin Zentner sich überlegt hat, was sie uns heute zeigen möchte. Also wirklich der komplette Wald in einer... Ein bisschen. Ja, großer Teil des Waldes in einer Dekoration. Kleiner Ableger. Was reizt dich an so einer Fensterbanklandschaft? Also es ist für mich einfach jetzt so in dieser Jahreszeit, man kuschelt sich zu Hause wieder in die Wolldecke, Kerzenlicht. Und dann dachte ich, wie könnte ich so eine Stimmung auch in der Natur oder aus der Natur, einen kleinen Ausschnitt aus der Natur, in die Wohnung holen. Und es ist für jeden machbar oder es ist kompliziert? Überhaupt nicht. Also die Idee war die, dass ich gesagt habe, Rinde geht natürlich auch aus dem Wald, von abgestorbenen Bäumen kann man verwenden. Aber ich finde... Darf man auch mitnehmen? Darf man mitnehmen. Rinde, wie gesagt, abgestorbene Bäume, also nicht hergehen und vom lebenden Baum noch entfernen. Und die Kork-Eiche, die fasziniert mich momentan. Entdeckt habe ich sie eigentlich im Zoo-Fachgeschäft. Man bekommt sie auch zum Teil bei Kollegen. In Gartensendern habe ich sie auch schon gesehen. Und genau, dass man eben sieht, so die Rinde, dass es einzelne Stückchen sind von dem Kork. Ich habe hier noch ein Stückchen, nochmal die Rinde, wo wir den Kork nochmal ganz genau sehen können. Also das wird wirklich aus der Rinde gewonnen. Ja, das ist total lustig. Der Kork und wir benutzen heute, ja, die Rinde der Kork-Eiche, um damit zu arbeiten. Das ist natürlich... Das Rohmaterial, ne? Ja, das stimmt. Und später kann man es, wie gesagt, dann auch immer noch verwenden. Also es verrottet nicht und ist auch wasserfest. Wie teuer ist denn so ein Stück Kork-Eiche, wenn ich das jetzt im Fachhandel hole? Wird je nach Größe, nach Gewicht oftmals auch berechnet. Und sagen wir mal so zwischen 10, 15, kann auch 25 Euro kosten, je nachdem, wie groß man es haben möchte. Und genau, die Idee ist also die, jeder hat ein Glas zu Hause, Windlicht. Und dann dachte ich mir, okay, wie kriege ich jetzt das Ganze zusammen? Und ich stelle also ein schweres Glas, das ist ein sehr dickwandiges Glas, in diese Rinde hinein. Und damit es mir nicht umfällt, dachte ich, mit Steinen, Moose und Zweigen kann ich das Ganze stützen. Ja, und verschiedene Moose hast du hier, ne? Da darfst du einen richtigen Lappen geben. Ja. Das ist dieses sogenannte Steinmoos, dieses Kissenmoos, sagt auch mancher. Und das Ganze kann man eben in diese Rinde reinlegen und auch gut bewässern, Jens. Darf ich das auch aus dem Wald mitnehmen? Ich habe so hier im Hinterkopf, Moos steht unter Naturschutz. Genau, also man muss ganz vorsichtig damit umgehen. Das ist erlaubt, mal so ein Händchen voll mitzunehmen. Noch besser ist es aus seinem Garten, wenn man einen Rasen hat, der ziemlich bemoost ist. So sieht das aus, was bei mir in einigen Bereichen des Gartens wächst. Wenn du es halt aus dem Wald mitnimmst, man sagt halt Bioorganismen drin, und da wäre ich einfach respektvoll und würde mir andere Lösungswege suchen, wie eben aus dem eigenen Garten. Und spannend ist ja die Vielfältigkeit des Mooses. Also hier haben wir noch wieder ein ganz helles. Das ist ein Eismoos, können wir auch gerne integrieren. Das, wie gesagt, kriegt man oft bei Floristen, auch jetzt um die Jahreszeit zu kaufen, wo es in die Winterweihnachtszeit geht. Und es wird im Prinzip so an dieses Glasgefäß angekuschelt oder mit Hilfe von Draht, den man sich in sogenannten Drahtkrampen biegen kann, fixiert. Und zusätzlich unsere heißgeliebte Heißklebepistole kann man das eine oder andere auch noch ein bisschen an der Rinde fixieren. Genau. Und was ganz toll ist, das ist dieser sogenannte Hauswurz. Eine unglaublich vielfältige Pflanze mit faszinierenden Blättern. Wir haben dazu auch ein paar Aufnahmen, die wir Ihnen mal zeigen wollen, damit Sie sehen, wie vielfältig der Hauswurz ist. Ja, da sieht man ganz schön. Also Hauswurz heißt auch im botanischen Sempavivum ewiges Leben. Das bedeutet, die Sempavivum-Pflanze hat diese dickfleischigen Blätter und kann dadurch das Wasser eben vorrätig darin speichern. Und dadurch ist die Pflanze einfach sehr unempfindlich, was die Pflege angeht. Und in der Fortpflanzung bildet sie diese kleinen Ableger und dann kann man sie wirklich immer weiter vermehren. Genau. Also die Mutterpflanze, das ist die größte Pflanze in dieser Dichte, die wird als erstes blühen. Wenn sie verblüht ist, wird sie absterben. Und die kleinen Kinder bilden sich darüber. Also man darf oder sollte die nicht jetzt auseinanderreißen, nur weil sie jetzt eben nicht mehr schön aussieht. Nein, das ist die Nährstoffe eben für die Kleinen, die die Mama da noch braucht. Wichtige Info für unsere Zuschauer, weil die es jetzt nicht gesehen haben, du hast jetzt ja hier ein Sempavivum eingesetzt. Und du hast es aus dem Topf genommen. Ich mache es nochmal. Und schneidest den halben Wurzelballen ab. Genau. Also die Sempavivum, die Hauswurz oder Dachwurz, das bedeutet, sie wächst ja auch oft auf Steinen. Also sie braucht nicht viel Erde. Genau. Das sieht jetzt zwar sehr brutal aus, aber die Pflanze ist wirklich sehr, sehr unempfindlich und robust. Und ich kuschel sie im Prinzip hier in diese Rinde mit ein und sorg sie noch ein bisschen mit diesem Moos, was wiederum die Feuchtigkeit speichert. Und somit braucht man keine Sorge zu haben, dass das Ganze eben nicht lange hält. Auf was sollte man achten, wenn man das alles so arrangiert? Was sind so die Richtlinien? Was ist das Gefühl? Also du kannst es im Prinzip draußen im Freien auch auf den Gartentisch stellen. Also wenn du es arrangierst, worauf achtest du beim Arrangieren? Damit es nicht überfrachtet ist, damit es zusammenpasst, damit es gut aussieht? Das ist eigene Kreativität. Also möchte ich es eher puristisch reduziert oder möchte ich einfach auch mit Schnittblumen arbeiten. In dem Fall setze ich ein kleines Plastik- oder Glasröhrchen ein. Man kann jetzt hier von der Christrose was abschneiden. Die fängt ja jetzt auch an zu blühen. Und das Ganze eben dann auch noch integrieren. Also der Kreativität ist da keine Grenze gesetzt. Also da gibt es auch kein mehr oder weniger. Man kann natürlich auch mit LED-Lichtern dann arbeiten, wenn man jetzt, sagen wir mal, keine echte Kerze verwenden möchte. Ich würde ja auch mit einer Kerze arbeiten möchten. Oder ein Teelicht oder dergleichen. Was würdest du insgesamt ansetzen, ungefähr an Kosten, für das Ganze gesteckt, für die ganze Fensterbank-Landschaft? Also ich bewege mich so um die 35 Euro, sage ich jetzt mal. Je nachdem, wie viel ich jetzt noch dazu packe. Und wenn ich es jetzt in der Werkstatt oder bei mir im Laden verkaufe, ist es immer wieder der Faktor der Arbeitszeit, die wir kalkulieren müssen. Aber es ist auch möglich, das Ganze zu Hause nachzuarbeiten. Ja, und teures Teil natürlich diese Rinde. Aber die ist ja wiederverwendbar. Wenn man die einmal hat, die hält immer. Ja, mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und das finde ich dann auch, sagen wir mal, im Preis-Leistungs-Verhältnis absolut tragbar. Ja, sehr gut passt das alles zusammen. Sieht sehr schön aus. Und da haben wir so ein bisschen Waldstimmung und auch schon ein bisschen Weihnachtsstimmung. Genau, das war die Idee. Auf der Fensterbank, aber noch nicht übertrieben weihnachtlich. Danke dir, Jasmin, für den Besuch heute bei Kaffee oder Tee. Danke dir, Jasmin.